. Guten Morgen, Herr Meier. Guten Morgen, Herr Ischbach. Ah, cool. Haben Sie einen Brunch? Ja, genau. Nur beim Brot bin ich nicht sicher, ob das das ist, das meine Frau einmal kauft. Einen kleinen Moment, schnell. Herr Maler, wie ist Ihre Frau ein dunkles Brot? Prima, danke. Zum Glück kennen Sie uns schon so gut.